moin moin leute willkommen zurück bei minecraft war mit craps hallo in der gegenwart und der blood moon ist ja ist gereist es gibt reis habe ich noch nie mitgemacht was passiert jetzt bei terraria ist das böse was jetzt hier abgeht frage mich ich komme mal nach oben um zu schauen ob party ist obwohl es wahrscheinlich vielleicht sogar intelligenter wäre wenn man einfach im untergrund geblieben wäre vermutlich ich kann jetzt nicht weiter bauen wie lange dauert das denn wahrscheinlich die nacht kannst du kurz aus dem gott alles ist voll was meinst du mit alles ist voll mit gegnern creeper und alles creeper kommt zum haus glaube ich ich weiß nicht ob ich hier raus kann ich kann nichts ich höre mega viele gegner ja ich auch ich traue mich auch nicht mehr nach draußen zu gucken was da noch so ist spinne spinne stirbt einfach nicht drüade kommt einfach rein drüaden sind aggressiv ok hab sie besiegt noch eine drüade auch gott drüaden armee wie viele oben oder wo bist du ich bin fast oben aber es stehen ganz viele viecher bei uns vor der tür machen nicht auf vielleicht kannst du dich einfach im untergrund so ein bisschen graben aus unserem haus so dann gehe ich auch wieder in untergrund sonst das hört sich da oben nämlich echt böse an ja wer ist das denn ne hexe ok was kommt da zum zom sind das heißt ich habe mich mal fackeln als das heißt die zombies von hier alle runter, die Sau-Säcke. Immerhin, die Spinnen können hier nicht rein. Ja, man sind so viele Spinnen bespauend, dass ich sicher bin. Lockieren sich gegenseitig. Okay, auf jeden Fall habe ich schon mal genug Zombies getötet für die Quest, denke ich mal. Scheiße, da kommt irgendein Viech rein, was leuchtet. Das kann doch nichts Gutes bedeuten. Leuchtet wie? Das ist toll. Kennst du noch diese leuchtenden Ghule bei Fallout? Ja. Oh, ne Wehrkatze. Boah. Ja gut, eigentlich wollte ich bauen, aber das heißt, ich baue hier ab. Haben wir halt ein bisschen. So nicht, Fräulein Skelett, ey. So nicht, Fräulein Skelett, ey. Okay, mega viele Spinnen sind glaube ich oben. Ja, da ist eine Spinnen. Ja, da ist eine Spinnen. Ach, Secret Zone. Stell das Wort. Da musst du gucken, ob du dich da drum herum bauen kannst. Da kann man wohl irgendwie... Kann man denn damit machen? Oh, Alter. So ein Baummensch wieder, ey. Baumbart, was habe ich dir getan, ey? Noch ein Secret Store? Noch ein Secret Store? Noch einer? Versuch dich da rumzubauen, falls das geht. Wenn man sich da rum baut, dann kann es sein, dass du in diesen Raum reinkommst, halt. Du kannst das sonst nur mit Zelda-Bomben zerstören, hat mir jemand in die Kommentare geschrieben. Okay. Skeletto. Oh Gott, diese Baummenschen machen so enorm viel Schaden. Ich bin noch zu jung, um zu sterben. Der Blood Moon. Oh Gott, ey. Dieser Sound, wenn die sterben, diese Viecher. Ich bin schon Level 29 jetzt. Ich bin Level 4. Endermann. Oh nein, kein Endermann. Ich hasse die. Vor denen habe ich immer Angst. Oh Gott, der war hier bei mir. Das war kein Endermann. Das war irgendwas anderes. Oh, da wurde ein Stamm gespielt. Au. Das ist nicht nett. Was kommt da? Ein Rare Striking Creeper of Darkness. Was soll die Scheiße bedeuten? Was will der? Alter! Alles ist dunkel. Ich sehe nichts mehr. Wie? Was meinst du mit alles ist dunkel? Okay, jetzt. Es war auf einmal... Ich konnte fast nichts mehr sehen. Der ist explodiert und... Keine Ahnung, es war halt der Creeper of Darkness. Wir leben über einer Schlucht, Grants. Ich habe gerade den Eingang gefunden. Oh, okay. Das ist cool eigentlich, oder? Ja. Boah. Alter, Pfadda. Der heilt mich. Alter, ich bin hier fast runtergefallen. Ich muss mich heilen. Ertus Quarz? Was ist das denn? Für ein Scheiß. Ey. Boah. Alter, Pfadda. Wo ist dieser dreckige Typ, der sich die ganze Zeit teleportet? Druyade schon wieder. Ach Mensch. Ihr tut doch mir sonst auch nichts. Was ich dafür wäre, Freunde. Oh, Eis. Ich brauche auch echt bald neues Brot und so. Hab nicht mehr so viel Essen. Brot für die Welt. Fleisch für mich. No. Ich hab nur noch 13 Brote. Müssen wir sonst noch eine Weizenfarm oder sowas machen. Oder ich weiß nicht, was ist das Beste zum Anbauen. Ja, Weizen ist schon ganz gut. Kann ich natürlich auch Möbel oder sowas machen. Möbelchen. Ich glaube, ich geh jetzt gleich wieder in den Untergrund. Level 31. Jetzt kann ich erstmal schön verzaubern, wenn wir den Tisch nachher haben. Ist der Blutmond immer noch da? Ja. Verdammt. Die Fackeln sehen jetzt auch ganz anders aus, ne? Ist alles so... Alles rödlich irgendwie. Wir erleben hier was, ey. So, ich hab noch fünf Eisen gefunden. Mit den anderen vier kann ich mir dann ein Ding bauen hier. Okay. Block. 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 Ghost Iron. Bin ich auch mal gespannt, was man damit machen kann. Ghost Iron. Kannst du ein Geisterschwert machen, ne? Laufen alle drüber durch einfach. Das bringt nichts. Das wäre nicht so cool. Vor allem nicht, wenn der Blutmond ist. Ja. Kabelstone. Irgendwann, wenn wir noch richtig fette Rüstungen haben und dann bloopen und dann stellen wir uns immer nach draußen und töten alles was kommt. Naja, bleiben einfach so stehen so. Come at me, Bro. So. So, war irgendwas? Hm? Keine Ahnung. So. Jetzt aber wie sowas... Block of Iron hab ich doch. Hat er. Claim Rewards. Ich glaub ich hab den Sound grad durch deine Boxen bis hierhin gehört. Echt? Mhm. Aua. 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 Ich bin angegriffen. Aua. 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 Ich bin angegriffen. Was hab ich denn hier... Kann ich, Juno Arschloch. Hier, das ist der von Jokskars. Der hat mich gerade angegriffen. Der war in unserem Haus. Mach ihn fertig. Ach, wie schon. Das ist schon tot. Ist schon ein... Ich hab nen Zombiekopf gefunden. Simons. Oh. Ich kann die Rewards nicht claimen. Ja, verdammt. Warum nicht? Äh, weil ich keinen Platz im Moment hab. Ach so. Oh ja, man hat immer da... Ich hab nen Schwert gefunden, Krabs. Das macht sieben Schaden. Das kann ich dir gleich geben. Gut. Das ist schon ein bisschen beschädigt. Das müsste man mit nem Amboss reparieren irgendwie. Redstone ist jetzt auch... Welches ist denn besser? Die Diamant-Ohrrüstung oder die Corki-Tunik? Äh, Diamant, glaub ich. Also ich hab die Diamant angezogen. Ja, die ist besser. Okay, dann tu ich das Corki-Ding von mir erstmal hier rein. Corki ist es. Corki, ja. League of Legends. Corki. Diamanten-Cribs. Hast du gefunden, oder was? Jetzt sind doch draußen alle tot, oder? Äh, ist es Tag? Glaub schon, aber es ist, Alter, es ist komplett voll. Du musst mal, äh... Aua, die haben mich durch die Wand gehauen. Soll ich, ich komm nach oben sonst? Ja, genau, du musst mir sagen, was hier vor der Tür los ist. Ich nehm nur noch die Diamanten schnell mit. Was lass ich denn jetzt hier unten? Ach komm, die Fackeln. Mal schauen, was bei meinem Höhleneingang los ist. So, ich mach mir auf den Weg nach oben. Hau ab, du Schwein! Bring mich nicht um! Lass das! Scheißverrückter Professor! Versuch ins Haus zu rennen. Ich bin im Haus! Wie, der ist da reingegangen, oder was? Ja, der war so ein kleiner, der ist so klein. Ach, den, den hatte ich auch schon mal. Der ist so schnell vor allem. Der kleine Professor hier. Ja, der ist so schnell, richtig. Ah, ich seh deinen Namen schon. Da mach ich mich schnell auf den Weg. Alter, ich bin tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot! Ich brauche noch ein bisschen... Ich hab keine richtige Treppe, ich muss immer schreien. Ich bin gleich tot, hilf mir! Hilf mir, hau gewinnt! Ich bin auf dem Weg, ich bin echt gleich da. Ich seh schon Licht. Oh mein Gott, hier sind zwei Wehrkatzen! Okay, eine ist da. Ich glaube, die sind wieder eingebaut, den Typen. Bist du sicher? Ich komm jetzt nach oben. Wow, ich... Oh Gott, Krips, ich sterbe 100 pro! Was ist los? Oh Gott! Ich bin... Du kannst nicht ins Haus, du kannst nicht ins Haus gehen, ne? Ich bin im... Ich bin im Spawn! Okay. Ey, draußen stehen bestimmt 10 Sonne-Baumbärte! Ich... Ich erledige sie gerade. Ich erledige sie gerade. Ich erledige sie gerade. Ach, triggern die dich nicht? Doch. Aber ich hab... Hier so... Ich hab das hier gebaut, dass ich hier rausschlagen kann, aber die nicht weiter reinkommen. Ah, okay. Und ich muss erstmal die ganze XP hier einsammeln. Ich muss mich heilen. Schaffst du's? Ja, klar. Ey, ich guck da raus, ey. Was ist das hier für eine Truhe? Ach, Quespi... Da hat sich doch einer versteckt! Wo kommst du denn her, du Arsch, ey? Pass auf, da sind richtig viele. Und einer ist auch verzaubert. Oh Gott! Hier hinten ist ja noch ein Eingang. Komm doch, du Baumscheißer! Komm doch! Brauchst dich nicht! Mach dich fertig! Wenn ich jetzt nur einer ist, schaffe ich. Es kommt... Oh nein, es kommen zwei! Okay, jetzt bin ich down, oder? Sprinnigans, ey. Die sind so stark. Ey, vor allem... Die sind noch 100 Meter weit weg und ich krieg Schaden. Das ist Cheat! Die scheaten! Oh Gott, Alter, ich krieg mich hier die Finger wund. Der kleine Typ ist krass. Einer ist down, einer ist down, einer noch. Komm, 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 komm. Einen kleinen kann man nicht umbringen. Komm! Warum nicht? Der kann nicht in unserem Haus jetzt nicht schillen. Der muss sterben. Der ist eingebaut, der ist eingebaut. Okay. Okay, ich hab, glaub ich... Also, zwei Baumbärte sind tot. Wo bist du, Krabs? Im Haus. Im Haus, okay. Dieser Spring-Garn ist hier noch. Die Druyade steht hier, der Kobold steht hier. Es sind Spinnen auf dem Haus, die wollen dich haben. Ja. Das heißt, wenn ich die töte... Oh nein, die haben mich immer ausgeworfen! Die haben mich immer ausgeworfen! Ich bin tot! Ich bin so gut wie tot! Ey, da ist ein Sprinnigan mit 240 HP, den kriegen wir niemals down! Ich bin so gut wie tot, Krabs! Komm in den Spawn! Kann ich nicht, ich will auch wieder ins Haus! Äh! Alter Scheiße, Mann! Ich bin tot! Ey, das ist dieser kranke Sprinnigan, Krabs, der hat 240 HP, ich hab den grad gesehen! Scheiße! Ich bin respawned! Achso, da hinten muss ich hin, okay! Kannst du irgendwie in den Spawn kommen? Ich will meine Sachen erstmal wieder haben! Wer steht hier vor? Ich hab ja sonst nichts! Dann bin ich dir dann keine Hilfe beim Spawnen! Ey, ich mein, ein Sprinnigan hat schon 80, ne? Aber dieser Ober-Sprinnigan hat 240, wie sollen wir den besiegen, bitte? Keine Ahnung! Noch ein Bomben! Wo ist denn der Ober-Sprinnigan? Also eben hat er dich verfolgt gehabt, wie ich den gesehen hab! Okay! Und da ist... Da ist... Was ist das? Rare Totally Zen Spider of Darkness! Nein! Nicht schon wieder! Bei Magic! Ja, der ist bei uns im Haus! Ich komm hier nicht... Wer, der Sprinnigan? Ja, irgendein Fief, was mich gekillt hat! Killed by Magic! Ja, das Fief, was mich gekillt hat, ist im Haus! Du musst irgendwas machen! Warte, ich muss erstmal hier rauskommen! Aber bitte nicht die Grabsteine abbauen! Da ist nicht mein Loot drin! Ey, Triade, bitte nicht! Bitte hau mich nicht! Wieso willst... Warum kommst du zu mir? Ja... Ich seh den einen Sprinnigan! Es ist aber nur ein normaler! Ja, im Haus ist einer, ne? Hier ist ein Skilllet! Ich weiß nicht, was da im Haus ist! Ich komm jetzt wieder dahin, zum Haus! Warte kurz! Und was denn, wieso? Dann kann ich dir wenigstens ein gutes Schwert geben! Kannste... Wo soll ich hinkommen, wo bist du? Warte, ich bin grad hin... Oh Gott, die Spider of Darkness! Und ich seh schon wieder nichts, ey! Scheißvieh! Ich bin hinter unserem Haus, aktuell! Hier ist noch ne Wehrkatze, die mach ich schnell! Achso, ja, ich seh dich da oben! Bei dem Brunnen bist du, ne? Ja genau, da ist ne Wehrkatze reingefallen! Ich bin hier unten, wo ich angefangen hab zu bauen! Hier fühl ich mich gerade sicher! Zeit, siebzehn Minuten, ey! Okay, der Wehrkatze ist down! Komm her, Spinner! Zwei Sprinnigans! Scheiße! Und Spider, ja! Aber schaffst du! Die eine ist stehen geblieben! Der eine ist stehen geblieben! Der eine ist stehen geblieben! Einen ist stehen geblieben! Es ist nur noch die Spinne und eins! Einen von dem Vieh! Spinne da! Sprinnigan, da komm! Der, ey, der... Ganz ehrlich, die 80er halten schon viel aus! Ich weiß nicht, wie ich den dicken machen soll! Ja, der 240er steht bei uns vor der Tür! Was?! Ey, der eine hat mich in die Luft geschlagen! Der Zombie, der Feuerbälle schießt! Ich muss hier abhauen! Ich muss hier abhauen! Granz, wir kommen nicht mehr in unser Haus ein! Alter, wir müssen uns selber was einfallen lassen, Mann! Ey, dieser... Der Zombie! Hier ist ein Helm, Craps! Hier ist ein verzauberter Helm bei mir hier oben! Okay, komm! Versuch doch mal hinzukommen! Versuch den Spawn vielleicht zu schließen, wenn du am Spawn vorbeikommst! Dann kommen die da nicht raus! Aber jeder ist in der Antenne! Das ist doch nicht unser Problem! Hinter dir ist ein Sprinnigan! Lauf, lauf, lauf! Ja, hab ihn! Also, nicht getötet, aber er verfolgt dich nicht! Da liegt ein Helm! Den kannst du dir ja schon mal aufsetzen! Da hast du ein bisschen Schutz wenigstens! Ist sogar verzaubert! Ja! Yes! Sprinnigan down! Sprinnigan down! Warte, hier! Da hat ein Schwert! Das ist aber fast kaputt, leider! Ja! Okay, Leute, wir müssen leider einen Cut machen hier auch! Lass mal irgendwie hier so hinstellen, dass wir nicht sterben in der kurzen Zeit! Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute! Schaut bei Craps vorbei! Und in der nächsten Folge gibt's Action, wa? Hau rein! Tschüss! 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 Tschüss!